Hier kommen die Top 5 der heimischen Vitamin-C-Lieferanten. Paprika. Rot, gelb oder grün? Rot. Denn dabei handelt es sich um die ausgereiften Früchte der Paprikapflanze. Erst dann haben sie den vollen Vitamin-Gehalt. Kohl. Jahrhundertelang retteten sich die Menschen mit Kohl über den Winter. Schon zubereitet liefern alle Kohlsorten richtig viel Vitamin-C. Petersilie. Der Klassiker der deutschen Küchenkräuter ist mit rund 160 Milligramm Vitamin-C pro 100 Gramm mehr als nur hübsche Dekorationen auf dem Teller. Schwarze Johannisbeeren. Schwarze Johannisbeeren sind richtige Vitamin-C-Bomben. Selbst bei der Verarbeitung zum Marmelade oder Saft bleibt der Vitamin-C-Gehalt relativ stabil. Sanddorn. Sanddorn ist nach der Hagebutte das Vitamin-C-reichste heimische Lebensmittel, aber viel beliebter. Am meisten davon bleibt im frischen Saft oder im Muse halten. Und als kleiner Bonus. La Vita. Produziert in Bayern.